Der FC Bayern hat sich in dieser Sommertransferperiode auf dem Transfermarkt komplett verzockt. Denn nun bekam man nach dem Ultimatum, das man an Tottenham für einen möglichen Harry-Kane-Transfer gestellt hat, erneut eine Absage für das ohnehin schon hohe Angebot für einen so alten Stürmer, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Dementsprechend steht man nun auf der Stürmerposition mit leeren Händen da, zumindest aktuell. Aber wenn wir jetzt mal auf das Datum schauen, so befinden wir uns fünf Tage vor dem Supercup und elf Tage vor dem Saisonauftakt in der Bundesliga. Und man hat weder auf der Stürmer noch auf der Sechserposition, was ja so die zwei größten ausgemachten Baustellen vor der Transferphase waren, keine Verstärkung geholt, außer eben Leimer, den man durchaus als Notlösung für die Sechs benutzen kann. Aber eben halt nur dann, wenn man auf der anderen Baustelle, in dem Fall die Stürmerposition, einen richtigen Kracher verpflichtet hätte, was eben bis jetzt nicht passiert ist. Und andererseits hat man sich so auch viele Möglichkeiten selbst genommen. Denn andere Stürmer sind nun eben halt schon vermarkt, da die Bayern sich eben so viel Zeit gelassen haben, was einen Kane-Deal anging. Und nun steht man kadertechnisch eben genauso da wie vor der Transferphase und hat einfach die Zeit komplett verschwendet. Aber nicht nur das, man hat sich jetzt auch auf der Torhüterposition ein ganz neues Problem geschaffen, in dem man Jan Sommer abgegeben hat. Und Manuel Neuer wird halt eben nicht fit sein zum Saisonauftakt. Dementsprechend hat man da eigentlich nur Ulreich im Moment. Ob man sich auf den verlassen kann, ist so ein bisschen die Frage. Und klar ist auf jeden Fall, dass man da noch jemanden holen muss. Sei es als Nummer 1 langfristig oder Nummer 2. Und so hat man sich halt noch eine Baustelle aufgemacht. Jetzt könnte man vielleicht noch einen Sechser holen. Aber da haben sich je nachdem halt eben auch schon die Möglichkeiten verschlossen. Wie zum Beispiel ein Skiri, der jetzt zu Frankfurt ist. Also man hat sich auf jeden Fall selbst geschadet. Auch mit einem Kyle Walker hat man ja lange sich Zeit gelassen. War recht zuversichtlich. Jetzt sieht es nicht so aus, als ob man ihn noch bekommen könnte. Immerhin hat man Kim verpflichten können, was auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen war. Aber ansonsten sieht die Transferphase bis jetzt halt wirklich schwach aus. Ich werde auf jeden Fall in den kommenden Tagen noch die ein oder anderen Videos hochladen. Beispielsweise, was es jetzt noch zu dem späten Zeitpunkt im Transferfenster für Möglichkeiten gibt. Sowohl auf der Torhüter- als auch auf der Sechser- oder Stürmerposition für den FC Bayern. Wen man noch holen könnte. Eben als späte Notlösung, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht, ob es doch noch Toplösungen gibt, die möglich wären. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Dann abonniert gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.